Moin Freunde, was geht da? Herzlich willkommen hier zu meiner Prognose für den dritten Spieltag der Champions League. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie immer am Anfang, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert sehr, sehr gerne den Kanal, um jetzt auch demnächst dann wieder die Bundesliga-Prognose nicht zu verpassen. Oh, ich habe eine wichtige Sache vergessen. Und zwar werde ich eine Watch-Party veranstalten zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund. Könnt ihr sehr, sehr gerne einschalten am Dienstag. Ungefähr ab 20.30 Uhr werde ich da live sein. Wollen wir ein bisschen quatschen im Vorhinein. Dann werden wir auf das Spiel gemeinsam reakten. Ich werde ein bisschen natürlich euch auch versuchen, das Spiel zu kommentieren. Ein paar andere Themen quatschen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da einschaltet. Ich habe euch den Link schon in die Beschreibung gepackt. Könnt ihr schon die Glocke aktivieren, auch den Stream liken. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und wie immer keine Garantie für irgendwelche Wettsteine. Schreibt mir sehr, sehr gerne eure Tipps auch in die Kommentare. Und ich muss mal ganz kurz, bevor wir anfangen, sagen, es sind echt geile Partien dabei. Borussia Dortmund in Real Madrid, VfB Stuttgart gegen Juventus, Bayern gegen Barcelona und leider ist auch irgendwo Leipzig gegen Liverpool eine gute Partie vom Spielerischen her. Das Einzige, was so ein bisschen abstinkt, ist Brest gegen Leverkusen. Aber ich würde sagen, wir fangen an mit der ersten Partie und zwar Juventus Turin gegen den VfB Stuttgart. Am Dienstag bereits spielen sie gegeneinander. 21 Uhr, genauso wie auch Dortmund gegen Real. Das sind die Dienstagsspiele. Juve in den letzten zehn Spielen ungeschlagen. Besser gesagt muss ich dazu sagen, dass Juve gerade noch spielt. Das heißt, entweder sie gewinnen oder sie verlieren, klar. Ja, und ich komme gerade frisch aus dem Bayern-Spiel. Stuttgart hat 4 zu 0 in München verloren. Haben eigentlich die erste Halbzeit gut mitgespielt, die zweite haben sie auch versucht mitzuspielen. Aber vorne ging gar nichts. Also da war irgendwie nicht wirklich eine gefährliche Chance. Es gab eine einzige, aber ansonsten war da nicht viel von Stuttgart. Das kannte man besser, fand ich. Ich weiß nicht, was da los war. Klar, Bayern schwierig zu spielen. Wir standen auch super gut hinten drin, fand ich. Dieses Spiel war sehr, sehr stark. Es wird eine interessante Partie, glaube ich. Also ich kann jetzt hier nicht wirklich einen hundertprozentigen Favoriten festlegen, weil beide Mannschaften, denke ich, auch wieder gegeneinander sehr, ja, ein bisschen... Jeder wird mal seine Angriffsphasen haben. Also da wird sich jetzt keiner irgendwie 90 Minuten hinten reinstellen, sondern die werden sich halt gegenseitig immer wieder kick and rush, die Bälle gegenseitig um die Ohren hauen. Ich würde es mir unfassbar sehr wünschen, dass Stuttgart hier gewinnt, weil ich möchte, dass jede deutsche Mannschaft in die Playoffs zumindest kommt. Ist auch gut für die Fünfjahreswertung, dass wir den fünften Champions League Platz wieder haben. Weil sonst haben wir den nicht. Das verstehen ganz viele nicht. Wir haben keine fünf Champions League Plätze. Wir haben vier. Den fünften gibt es nur, wenn die deutschen Mannschaften in der Europa League, Champions League und Conference League weit genug kommen und wir genug Punkte sammeln in der Fünfjahreswertung. Das wissen ganz viele nicht. Also es ist natürlich auch wichtig, dass die deutschen Mannschaften jetzt gewinnen und halt auch weit kommen. Ich weiß aber nicht, ob für Stuttgart was in Juve zu holen ist. Gegen Real war das ein super Auftritt. Zu Hause auch im zweiten Spiel war das auch gut. Mein deutsches Herz sagt, dass wir hier vielleicht noch einen Unentschieden sehen. So ein 2 zu 2. Aber ich glaube, dass Juve das in uns machen würde. Ich sage 2 zu 1 für Juve mit dem deutschen Herz 2 zu 2. Wir nehmen das 2 zu 2. Die nächste Partie ist Real Madrid gegen Borussia Dortmund. Und die Partie ist schon sehr interessant. Dortmund ja irgendwie so zwei Gesichter. In der Champions League hui, Bundesliga pfui. Gegen St. Pauli war das auch einmal nichts. Davor das Spiel gegen Union war katastrophal. Genauso wie auch gegen Bochum. Also da bekleckert man sich nicht gerade mit Ruhm derzeit. Und auf der anderen Seite haben wir Real Madrid, die derzeit auch keinen guten Fußball spielen. Also was man da teilweise sieht, ist erschreckend. In der Champions League gegen Lille verloren. Allgemein auch am ersten Spiel gegen Stuttgart hätte man auch gut verlieren können, finde ich. In der Liga läuft es okay. Da hat man auch immer knappe Siege oder auch mal einen Unentschieden. Also es läuft da alles noch nicht ganz so gut. Aber irgendwie war das typisch, wenn Borussia Dortmund dieses Spiel gewinnt. Und dann am nächsten Spieltag in der Bundesliga gegen den FC Augsburg verliert. Ich glaube, das ist der Zyklus von Borussia Dortmund. Sie gewinnen das Spiel in Madrid. 1 zu 0, 2 zu 1. Ganz knapp. Und gegen Augsburg verliehen sie dann irgendwie mit 1 zu 0 oder 2 zu 1. Und das ist nicht mal böse gemein, aber es ist halt einfach so. Das sagen ja selbst Dortmund-Fans mittlerweile. Und ich gehe jetzt hier auch einfach mit dem 2 zu 1 für Dortmund. Das ist ein kleiner heißer Tipp. Aber ich sage, dass sie gegen Real gewinnen. Und dann am Wochenende der Bundesliga verlieren. Dann sind wir beim vermutlich unspektakulärsten Spiel und zwar Start-Brest gegen Leverkusen. In der Champions League läuft es ja ganz gut für Brest. Zwei Spiele, sechs Punkte. Beide gewonnen. Leverkusen auch nach zwei Spielen, sechs Punkten. Aber in der Liga läuft es noch gar nicht. Nur auf dem zehnten Platz. Auch gegen Neuaufstärker Auger hat man verloren mit 3 zu 0. Das wird ein lockerer Sieg für Leverkusen. Da muss ich nicht um heißen Brei herumreden. Ich sage 2 zu 0, 3 zu 0 für Leverkusen. Und dann kommen wir zu meinem Highlight. Bayern München ist in Barcelona. Mal wieder zu Gast. Die letzten Jahre kennt man sich ja da schon gut aus. Man hat da bestimmt schon die ein oder anderen Restaurants immer mal wieder besucht. Wieder das gleiche Hotel wahrscheinlich. Und man fühlt sich in der Stadt wohl. Und man fühlt sich auch gegen Barcelona wohl. Und ja, Barcelona ist sehr, sehr gut in die Saison gestartet unter Hansi Fleck. Hätte ich auch jetzt vielleicht nicht so unbedingt erwartet nach den Leistungen der Nationalmannschaft. Aber das fruchtet da alles wunderbar. So viele Ausfälle, wie die haben. So viele 16-, 17-, 18-Jährige wieder spielen. Dass die da so auftreten. Ist... Aber ja, ich glaube jeder, der Fußball verfolgt, der sich auch mit Fußball beschäftigt. Der weiß, die letzten Duelle gegen Barcelona war für Barcelona jetzt nicht unbedingt gut. Er war unter anderem auch ein 8 zu 2 dabei, wo Hansi Fleck an der Seitenlinie stand. Für Bayern München aber noch. Es ist ein sehr offensiver und aggressiver Fußball, den Hansi Fleck spielen lässt. Das hat man ja schon zu Bayern-Zeiten gesehen. Sehr hoch stehende Viererkette. Genauso haben wir aber auch das Ebenbild auf der anderen Seite unter Company. Auch eine aggressiv hohe stehende Viererkette. Also ich glaube, da sehen wir auf jeden Fall auch ein Offensivspektakel. Barcelona wird sich jetzt nicht hierhin reinstellen. Bayern wird sich nicht hierhin reinstellen. Ich glaube, da fallen sehr viele Tore. Und ich sage natürlich, dass Bayern gewinnt. Ich bin Bayern-Fan. Ich sage jetzt hier nicht, dass Barcelona gewinnt. Ich sage, dass Bayern mit der 1 zu 2 gewinnt. Hoffe ich natürlich. Es sind auch wichtige Punkte, weil wir dürfen uns jetzt nicht unbedingt noch die ein oder anderen Ausrutscher erlauben. Sonst wird es mit den Top 8 auch schwierig. Und dann sind wir bei der letzten Partie angekommen. RB Leipzig empfängt zu Hause Liverpool. Ich hatte vor ein paar Tagen einen Tweet gesehen, dass er Leipzig so in den Himmel gelobt wird. Weil ja die Tickets so günstig sind. Die Auswärtstickets. Ich glaube, 15 Pfund oder so kosten die. Da sind es jetzt natürlich die Helden. Ja, das wird auch eine interessante Partie. Leipzig in der Bundesliga auf Platz 2. Punktgleich mit Bayern. Die sind da leider dieses Jahr oben drin. Ich hoffe, dass sie noch einknicken, wie die letzten Jahre auch. Und dass wir da keine Konkurrenz irgendwie mit Leipzig haben. Ich habe gerne einen Titelkampf gegen Borussia Dortmund. Oder gegen andere Teams wie Eintracht Frankfurt. Aber nicht gegen RB Leipzig. Tja, und Liverpool spielt jetzt gegen Chelsea am Sonntag. Am Mittwoch ist bereits das Spiel. Da ist nicht viel Pause. Vor allem mit so einem wichtigen Spiel jetzt gegen Chelsea. Da wird man jetzt nicht Kräfte sparen. Sondern da will man die drei Punkte holen. Weil man halt auch vielleicht gute Chancen hat dieses Jahr. Auf den Premier League Titel. Bei City fällt ja Rodri aus. Für die ganze Saison vermutlich. Da sind die Chancen gegeben. Das, was vielleicht einen anderen Premier League Sieger dieses Jahr gibt. Liverpool spielt sehr guten Fußball unter dem neuen Trainer. Das hat alles so auch funktioniert. Da gab es jetzt keine wirklichen, ja, Gewöhnungsschwierigkeiten. Sondern das hat von Anfang an gefruchtet. Die spielen guten Fußball. Das ist so. Die sind da. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt dieses Jahr irgendwie zu dem Riesenerfolg irgendwie reichen wird. Die werden sich jetzt entwickeln. Und für Leipzig sollte es eigentlich normalerweise reichen. Also ich sage, dass Liverpool das hier machen wird. Ich sage, Liverpool macht es. Also da gehe ich auch. Ist mir eigentlich egal, ob Leipzig gewinnt. Die exkludiere ich da mal aus der Sammlung. Ich möchte natürlich trotzdem neutral irgendwie versuchen, hier ein Ergebnis abzugeben. Also Leipzig ist auf gar keinen Fall schlecht, leider. Wir haben Chancen zu siegen, klar. Ich sage, dass Liverpool gewinnt mit 2 zu 1. Ja, und das waren meine Tipps auf jeden Fall für den dritten Champions-League-Spieltag. Wie immer natürlich sind es, ihr habt es auf jeden Fall, denke ich, gemerkt, sehr viel mit deutscher Brille getippt. Bei Stuttgart gegen Juve mehr Tendenz zu einem Juventus-Sieg. Bei Dortmund-Real finde ich das gar nicht so unwahrscheinlich. Man sieht diese zwei Gesichter von Dortmund. Würde mich nicht überraschen, wenn die da auf einmal einen rausknallen in Bernabeu. Gut, Leverkusen ist, denke ich, jedem klar. Das sollten die eigentlich machen. Bayern-Barcelona finde ich persönlich auch einfach durch die Verletzung, die Barcelona hat, dass man das gewinnen sollte. Und beim letzten Spiel, ja, da habe ich jetzt natürlich Liverpool, das ist, denke ich, passt. Schreibt mir sehr, sehr gerne eure Tipps in die Kommentare. Bis zum Dienstag, zur Bundesliga-Prognose.